Gut, wir haben es gefunden. Und, wie gefällt es euch, auf Luft zu fliegen? Na, mit einer Landkarte wäre es besser. Was sagtest du? Kostet kein Geld. Das auch. Wenn ihr euch verflogen habt, schaut einfach auf die Karte. Rückstart für die Karte. Oder er und er, wenn ihr andere Karten sehen wollt. Okay. Jetzt solltet ihr zu den Schicksalbergen im Südwesten. Sucht mich mal wieder. Hast du mir mit dem Westen? Komm, wir gehen das Schlafen. Ja. Ich hoffe nur, dass ich mal weiß, wo wirklich Südwesten liegt. Bei denen kann man sich ja nie so ganz sicher sagen, oder? Nee. Wollen wir hier mal für heute aufwarten? Ja, hier? Okay, können wir. Oder willst du noch? Muss nichts sein, können wir ruhig, aber... Wir freuen uns wieder aufrasten, ne? Ja, machen wir wieder Pause, beruhigen deine Nerven. Eventuell leckst du nachher noch, wenn wir weitermachen, also... Würde ich sagen, machen wir hier eine Pause, oder? Ja. Also Leute, bis nächstes Mal. So, und weiter geht's mit, ja, Secret of Mana und wir müssen mit dem Drachen fliegen, oder? Oh! Ja. Ich glaube, er hat Südwesten gesagt, oder? Hm, was habe ich Rechten gesagt? Südwesten? Nein, der Typ. Äh, ja, könnte passen. Ja, könnte passen. Ich schäle, aber fucker. Ja. Okay, halt, nee, falsches ist. Okay, wohin nochmal? Südwesten. Südwesten, Südwesten, gut. Auf dem Schicksalsberg in Südwesten. Also, ihr habt dort auch irgendwo ein Berg ist. Sieht sich da nach Hause, oder? Für mich sieht das nach richtig viel Wasser aus. Ah, aber das ist allerdings nicht der Berg. Ich weiß zwar, was das ist, aber das dürfte doch jetzt Goldstadt sein, oder? Ja, hier sind wir total falsch. Okay. Da kommen wir erst viel, viel später hin. Bei mir fixet die Oberworld. Aber sehe ich sicher aus. Von mir zum Glück nicht. Total eklig. Ja. Das ist mal, wir sind es auch nicht, dass ich so ausberg. Und hier sind wir schon wieder da. Okay, ich brauche die Karte. Mein Gott, wir haben eine Karte. Wenn man das Karte nennen kann. Nee, ich verzichte auf die Karte, lieber fliege ich hier stundenlang rum, bis ich mal den Schicksalsberg von allein finde. Südwesten war ja vom Pilz ja mal wieder völlig falsch. Mhm. Also, wir haben die Wüste. Noch mehr Wüste, Wald, Wald. Das ist Pilzkönigreich. Das kriegen wir einfach mal nur nach hinten. Das ist, äh, keine Ahnung wo. Schon wieder Eis. Ach, klar. Goldstadt. Oh, ich lieb. Und wir haben einmal die Erde umrundet. Können wir einmal landen? Ich will wissen, wo wir sind. Ja, ich guck mal, wo wir hier rumliegen. Nee, da ist die... Oder? Wir sind bei einem Kanoni. In vier Jahreszeit in den Wald. Oh Gott. Ich glaub, wir werden jetzt die Folge damit ver... Die Trommel ist hier zu leiser. Ich bin hier aber gelandet. Ah. Kann man das warten, wo wir jetzt so hinlatschen dürfen? Zum Börskönigreich! Ja. Ja. Warum komm ich schon? Wieso kann der Pilz eigentlich so selten eine richtige Beschreibung abgeben? Du meinst wohl nie. Ja. Nie passt natürlich auch. Hier dürfte er jetzt für aber sein. Okay, dann will ich jetzt nach Nordosten fliegen. Nordosten? Kein Problem. Gibt's das überhaupt? Ja, Nordost gibt's. Da. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie er Schicksalswerk von oben aussieht? Ja, ich hab da so eine Ahnung, wie er von oben aussieht. Jetzt schauen wir mal hier auf. Aber das sagt mir gerade eben gar nichts, wo das hier ist. Äh, das ist doch... Zurzeit kann man zu dritt, ja. Das kommt auch noch mal ein Stück später. Okay. Ich zeige schon, wie wir all hinkommen. Ja. Okay, Nordosten. Das hier sieht doch nicht schlecht aus. Bin ich nicht toll? Ich glaube, das hier passt einigermaßen. Ich bin toll, finde ich. Ja. Gut, hoffen wir mal, dass es der richtige Ort ist. Oder? Wohl etwas. Aha. Oh, Mann. Ich glaube, dass es der richtige Ort ist, dass den nur viel Damage macht. Na ja, die Fledermäuse, die es schon herbeigespürt, haben wir schon mal gelegt. Ich bin klein. Ja. Aber gleich bist du... Wahrscheinlich nicht. Los, schmeißt du in wieder Großmacher rein. Ich meine, das viel macht nur 50 Schaden. Ich meine, drei Schläge, dann sind... Nee. Sechs Schläge für mich, dann bin ich erst tot. Aber das ist nützlich halt. Obwohl, der macht nur 12 Schaden. Gehen wir doch mal hier rein. Und fahren wir uns hier mal um. Steh! Du rett. Komisches scheiß Kacki. Ah, ich trull, 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 miss, miss, miss. Ich bin vollidion. Danke. Okay, das hier ist zwar auch der Fatschweg, aber... Und nicht bald gehen wir wieder. Wenn der Fall allein verschwindet... Kommen wir bitte hier raus. Ach, komm. Gut. Schwerst wissen, was über dem Berg ist. Stimmt, nein. Ich glaube, da müssen wir sowieso als erstes hin. Jeder will in die andere Richtung. Ja. Nie in die gleiche Richtung. Hauptsache entgegengesetzt. Du bist ja auch echt mal cool. Ja, endlich. Ich trull, ich bin natürlich wieder über den Berg. Ja. Natürlich, du bist Jesus. Du kannst auch über Lava laufen. Ah, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir sind hier jetzt so prächtig. Ha, was für die Intuition im Ruhe. Nö, Peitsche, die da oben gebraucht wird. Ich glaube, man braucht zwei- oder dreimal die Falsch an den da. Und ich hier mal wieder eine Runde schlafen. Gute Nacht. Ich glaube, ich glaube, ob wir hier Magie brauchen oder... Ah, scheiße. Ja, du kannst ruhig den Hals aber auch rausschmeißen. Okay, ich hoffe, sie kann jetzt auch gerade mal zaubern. Okay. Weil das Ziel macht ja mal fies was. Ja. Okay, tot. Weiter zum Küken. Grüß dich. Küken, aufschlafen. Weißt du, was ich dabei denke? Spiegelei. Hör auf mir Hunger zu machen. Also, Peitsche. Ach, ich will es auspeitschen. Wo ist das also? Äh, ja, äh, nee, ein andern Mal. Weißt du, was ich dabei denke? Watsch. Watch. Guck mal, da unten ist ein Fluss! Ja, da hinten ist die Weltkarte. Bäume. Viele Bäume, ja, sehr bewaldet. Da sind ganz viele Duos. Ja! Deine ganze Familie steht da unten. Hallo Fabi, wie geht's euch? Ich würde Bunny Jumping machen. Wo musst du nicht so viel schlafen? Was? Ach, nur so. Weil man bis nachts, nachts, nachts Radio macht, muss man irgendwann schlafen. Und während der Schule kann man das nicht schlecht. Na gut, man kann's, aber ich will's nicht unbedingt. Und man, da will ich... Und man, da will ich füren nicht, da will ich...